Team on three! One, two, three! Team! Hallo, ich heiße Christoph Sorki, ich bin 64 Jahre alt und das ist meine zweite Saison bei Wester Marburg. Hi, ich bin Stefanie Wagner, ich bin 31 Jahre alt und das ist meine fünfte Saison in Marburg. Hallo, ich bin Alexandra Wilke, ich bin... Wie alt bin ich eigentlich? Hallo, ich bin Alexandra Wilke und ich bin 24 Jahre alt und das ist meine sechste Saison in Marburg. Hi, ich bin Marie Berthold, ich bin 26 Jahre alt und das ist meine fünfte Saison in Marburg. Hallo, ich bin Flora Lukow, ich bin 17 Jahre alt und das ist meine zweite Saison hier in Marburg. Hi, ich bin Mali Sola, ich bin 23 Jahre alt und das ist meine sechste Saison in Marburg. Hi, ich bin Jasmin Weil, ich bin 21 Jahre alt und das ist meine erste Saison für Marburg. Hallo, ich bin Hanna Krimble, ich bin 24 Jahre alt und das ist meine zweite Saison in Marburg. Hallo, ich bin Rachel Arthur, ich bin 27 Jahre alt und das ist meine zweite Saison in Marburg. Ich bin Tanisha Baker, ich bin 21 Jahre alt und das ist meine erste Saison in Marburg. Hi, ich bin Sarah Lückenhotte, ich bin 23 Jahre alt und das ist meine zweite Saison in Marburg. Hallo, ich bin Olga Tamarjano, ich bin 40 Jahre alt und das ist meine erste Saison in Marburg. Hallo, ich bin Theresa Simon, ich bin 22 Jahre alt und das ist meine dritte Saison in Marburg. Hallo, ich bin Olga Tamarjano, ich bin 40 Jahre alt und meine erste Saison in Marburg. Team 1-3-1-2-3 Team!